Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play von Ark's Survival of the Fittest. Und wie soll es anders sein? Natürlich mit dem Helm. Servus, der sich schön seine Hand anschaut. Ja, die ist schön, ne? Ja, und? Hast du die Schwitzhacke runtergezogen? Natürlich noch nicht. Ich habe auch noch nicht den Tribe benannt. Ja, im Moment. Rename Niveau. Ja, ist ja ganz wichtig. Und dann, ja, in der Tat ist die Schabitzhacke. So. So, und heute machen wir eine Ankylo-Armee, habe ich gehört, ja? Oder eine Schweine-Armee. Eine Schweine-Armee? Ich weiß nicht. Lauter kleine Kampfschweichen. Da können wir auch oben bleiben. Da braucht man gar nicht runterfüllen. Das stimmt. Genau. Wir starten jetzt, legen uns oben irgendwo ins Gebüsch. Warten ein bisschen. Wirst die wieder hochkommen. Dann steht dort an den Rampen, an allen Rampen, ja, zehn Schweine. Und die werden dann verfüttert an die Rechse. Dann wird man da hochgeladen. Dann wird die noch ein paar Level härter sind. Ja, genau. Spanferkel. Perfekt. Ah, ja. Na gut, okay. Mal gucken, wo es uns heute hinverschlägt. Die letzte Folge war schön chaotisch. Hat aber Spaß gemacht. Mal gucken, was heute passiert. Das ist das Schöne. Man sieht es nie voraus. Man kann sich sonst was für einen Plan machen. Das wird eh anders. So. Oh Gott, was haben wir jetzt? Vulkan. Oder? Direkt runter am Vulkan. Ja, okay. So in Richtung roter Lutstrahl am Vulkan, der? Ja. Okay. Okay, da, 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 ja, okay. So Pi mal Daumen, so ein bisschen links davon. Da, wo diese Nase in dem Fluss ist, da ist es ein bisschen flacher, glaube ich. Ja. Aber egal, du läufst eh vor, du kriegst besser aus. Da ist der Übergang. Ab dafür. Ja. Yeah. Ich fliege. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Auer. So. Hey, da wollte ich hin. Oh, rechts von uns ist eine. Du, gerade haben wir durchgelaubene. Ich ignorieren. Ja, ich auch. Siehst du mich? Noch einer? Ich laufe, ich komme, ich komme hinterher. Ich habe schon eine Picke. Ich noch nicht. Ich habe noch keinen Stein gefunden. Das ist beeindruckend. Bist du bei dir? Okay, ich komme zu dir. Ich habe noch keinen Stein. Das ist unglaublich. Hast du Steine? Ja, ich habe Steine. Jetzt habe ich Steine. Jetzt habe ich Steine. Oh Mann, das gibt es doch gar nicht. Manchmal, dann ist man echt die Luftgeschmisse hier. Geht auf den Stein, auf den Schlauch. Du bist bei mir, ja? Ja, ich bin bei dir. Okay. Geh zum Baum. Nicht erschrecken. Ja. So, zack. Genau. So, ich habe drei Speere. Fast, super. Ja, gut. Ich bin noch ein bisschen hinten jetzt. Also ein klein wenig. Macht nichts. Pass auf. Versuche aufzupassen einigermaßen. Den ich leider nicht. Ich bin direkt, du bist direkt an mir vorbeigelaufen. War gerade bei dir. Ich gucke extra die halbe Zeit nach oben. Ich versuche da hoch zu schielen. Ja. Ich bin am Hacken wie ein Weltmeister. So, jetzt mal gucken. Level vergeben. Blöpp, 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 blöpp. Eins, zwei, drei. Reicht das schon? Level 11? Ja, reicht schon. Guten Bogen. Ich baue Bogen. Ich baue Pfeile. Und nehme den Mist da raus. Zack, zack, zack. Okay. So, so, so. Bogen, bogen, bogen. Komm her. Verdammt, jetzt habe ich den Riesenstein zerhackten. Mist. Egal. Ach, Movement Speed. Quatsch, nicht. Movement Speed Wide wollte ich doch. Egal. Was ist jetzt los? Irgendwas fehlt? Oh. Was ist los? Äh, hier ist so ein D-Low. Komm her, guck mich an. So, zack. Was? Ich habe ihn nicht erwischt. Nein, Moment. Okay, du kriegst das hin. Du hast ja schon. Hast ja schon, glaube ich. Oh, ich kann genau einen Pfeil herstellen. Pfeiler, super. Wird's auch gar nicht. Ah, das läuft nicht. Pfeiler, Pfeiler brauche ich auch. Pfeiler habe ich ein bisschen. 29, 5, kann ich so. Mann, Mann, Mann. So schleppend war ich selten am Anfang unterwegs. Das ist gar nicht gut hier. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht mit mir zufrieden. Ja, ich bin nicht zufrieden. Co, ja, das geht in die Wiederholung. Müssen wir nochmal üben. Oh. Guten Tag. Äh, er kickt irgendwas. Er sagt irgendwas. Ich kick Mats hier. Ich habe ihn schon. Genau. Zack ihn. Ich passe auf. Ich gucke hinter dich. Da kommt nix. Sieht gut aus. So. So, drei Bögen habe ich. noch. Ja, Bögen und Pfeile. Gleich habe ich alles. Okay. Es gibt so wenig Flint. Bin ich blöd oder was? Das ist unglaublich. So. Arrows nochmal 19 und hier nochmal 9. Naja. Was ist das? So, wegen mir. Ich werfe mir schnell die Steine weg. Ich habe 100 Steine dabei. Lol. Ja, ja. Steine gab es dann auf einmal genug. Am Anfang kriege ich keine und plötzlich wird man zugeschmissen damit. Okay. Komm, jetzt können wir. Bist du schon runter? Ein ganz klein bisschen runter bin ich. Unter den großen Steinen. Siehst du mich? Viele Spookis. Alles klar. Viele Stegos sind da. Und Spookis auch. Ja, die müssen wir machen. Hau mal weg. Da gibt es halt. Komm her. Rede ich mal hin zu mir. Zack Nummer 1. Zack Nummer 2. Okay. So, wunderbar. Ich zack 1. Sack du den anderen. Okay. Sehr gut. Oh, ich habe noch einer. Kannst du den? Geh mal richtig rum. Kann ich. Will dich nicht erschießen. So, wenn du ihn. Ich war nur verlangsamt natürlich dadurch. Und jetzt muss ich erst mal ganz kurz ein bisschen weg und umdrehen. Ja. Ich wollte nur ein Double Taming. Dann auch noch. Oh, dann kommen wir dann. Hau mal den Stegos rum, oder? Meinst du? Ich bin nur überladen. Es sind zwei Stegos. Ist doch egal. Wie können wir doch, oder? Okay. Gut. Machen wir. Ja, aber das meint er nicht. Mach, können wir machen. Aber wie du willst. Such dir einen aus. Überladen. Ah ja, den Linken. Den Linken. Okay. Paff, Nummer 1. Paff, Nummer 2. Achso, ich gehe aus dem Wild raus. Ich weiß schon. Ich glaube, sie bin in den Schusslinien. Da passt schon. Hey, da kommt noch einer. Ui, ich muss mal gerade beiseite gehen. Okay, der eine liegt. Okay. Ich schicke einen anderen ein Gebüsch. Ah, den anderen kriegen wir auch noch. Au. Perfekt. Perfekt. Und wir ineinander. Okay. 45 Dinge habe ich drin. Ich habe in den 21 Major Barriers. Das sollte eigentlich reichen für das 10. Weiß ich nicht. Ah ja, für Doppeltaming sollte es reichen. Aber ich sammle nochmal. Wir brauchen eh. Blöder. Mistbock. Wollen wir den Trike auch noch nehmen, wenn wir jetzt schon Doppeltaming haben? Okay, können wir machen. Ich habe noch neun Pfeile. Müsste reichen. Trike, siehst du da unten links den? Ja. Also dann. Der jetzt gerade weg geht. Ach, ihn. Der nicht mehr weg geht. Was ist das? Na ja, leg mal auch mal dabei. Pass doch. Und. Pass auf. Liegt. Alles klar, liegt. Perfekt, zack. Bären rein, egal. Mach Major Barriers rein, habe ich auch noch ein paar. Ich habe keine mehr. So, ich würde mich mal gerne, ich hocke mich mal hier an das Gebüsch. Ja, ich muss auch ein bisschen was bauen. Aber mach nur erstmal, dann gucke ich so lange ein bisschen in der Gegend rum. Klamotten. Ja, muss ich nämlich auch noch. Große Jacke. Das reicht noch nicht. Nee, ich habe nicht genug Heiz. Nee, ich kann noch kein Ding ins Bauen, komischerweise. Hast du alle Level vergeben? Ja. Okay. Habe ich. Jetzt noch eins, komischerweise. 24, nee, reicht noch nicht. Ich baue halt gerade. 25. So, okay. Müsst du jedem Moment fertig sein. Ja, baue mal. Heid. Ich kann alles bauen. Helm, zack, 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 zack. Wieso kannst du denn alles bauen ich nicht? Ist das mit einem Quatsch? Pass mal auf, pass mal auf. Helm? Ist gut, gut. Ich habe Level ab. Hast du? Hast du Level ab? Okay, gut. Ja, ich habe Level ab. Rübergegeben. So. Ja. Dann baue ich jetzt noch ein paar Pfeile. So, Klamotten. Und zack, zack, wunderbar. Passt. Okay. Ein paar Pfeile brauche ich auch noch. Rrrrrrttt. Das einzige Problem, das wir haben, liegen hier sehr offen auf der Wiese. Aber, ihr seht nicht danach aus. Die sollten aber eigentlich gleich fertig sein. Ja, ich gucke schon mal hier ein bisschen am Strand rum. Also, ich bin nicht weit von hier entfernt. Ich bin gerade runter zum Strand in die Richtung. Ob hier noch irgendwie ein Spino ist oder sowas. Nee, ich sehe nichts. Gucken nach links um die Ecke. Das ist auch nichts. Hier ist kein Spino am Strand. What? Ja, gut. Okay, die Stegos sind gleich fertig. Der eine, der Trike ist bereits aufgestanden. Und die Stegos stehen jetzt auf. Ist also easy. Mega, wir sind schon überladen. So, Spino, Stegos aufgestanden. Äh, zack. Ich habe Stegos aufgestanden. Sehr gut. Ich muss noch ein paar Weeren futtern. Ich habe leider noch kein, kein Chitin. Sonst könnte ich einen Blutbeutel bauen. Ärgerlich. Wie, brauchen wir Chitin für einen Blutbeutel? Ja, eins. Ja, unten ist, ah nee, hab mich verguckt. Äh, ja, ich hau mir mal ganzes Decker im Kopf. Brauch was. Da hab ich. Metall, Steinchen. Oh, ich könnte auch noch ein paar Werteidigungsfahne herstellen. Ich habe schon acht Metall zusammen. Mhm. Für, äh, für unser Ding hier. Wie ist das? Hm, Smithy. Smithy. Sehr gut, sehr gut. Guter Mann. Guter Mann. Weitermachen. Der eine, der eine Stegos braucht jetzt leider länger, weil das Event fertig ist, bevor fertig wurde. Hochlevelig war. Ja, der ist, kann sein, dass ein bisschen hochlevelig ist, ja. Schauen wir, ob ich dem vielleicht noch ein paar Mageshows reingeben sollte. Der kann, ob ich nicht mehr viel brauchen. Der hat, hat eigentlich genug, Alter. Äh, Level Up. Gut, da taue ich in Gewicht. Bin so schwer unterwegs. Oh, müssen wir mal gucken, dass wir andere Seite gleich was kriegen. Ja, wir müssen noch, wir müssen noch auf die andere Seite, ne? Fett fehlt mir. Okay. Mega Cold. Mega Cold. Okay, ich baue zwei Lagerfeuer. Das ist echt scheiße. Jetzt ist er aufgestanden. So, was machen wir jetzt mit der Mega Cold? Also hier ist nur normal bisher. Ah, jetzt haben wir die Eiswürfel. Sollen wir ignorieren? Dann mache ich hier die Lagerfeuer hin, oder? Gut, mach. Hier ist leider nichts zum Tapen. Ja, was willst du machen? Wir müssen eh beim Lagerfeuer stehen, dann hauen wir jetzt das Fleisch durch dafür. Viel Fleisch habe ich nicht. Viel Fleisch hast du nicht? Okay, ich kann eins rein tun. Warte mal. Tust du ein bisschen Holz rein, oder lass dich ein bisschen durch? Ich komme nicht durch. Oh ja, okay. Okay. Danke. Ja gut, das ist immer ein bisschen sicher, wenn die Dinos um uns herum stehen. So. Oh, jetzt halt hier noch ein bisschen. Ja eben. Müssen wir halt weiter bauen. Die Mega Cold aussitzen. Hilft nix. Wir können nochmal. Am Berg wären wir jetzt eh gearscht. Mit Mega Cold am Vulkan ist Holler, ne? Also. Ähm. Wir können versuchen schon mal das Ding zu bauen. Ach so, dass wir schon mal die Forge bauen. Forge bauen. Ich bin schon überladen. Warte, ich gehe zum Stego und tue noch was rein. Wieso bin ich so überladen? Lass uns mal gucken. Bleib stehen, Stego, bitte. Ähm. Wahrscheinlich. Ach so. Moment, ich pfeife sie ab. Ach hier. Zack, zack. Ich habe tonnenweise Pfeile dabei gehabt. T. 66. Drop. Okay. Ich sammle Steine weiter. Deine. Schauen wir mal. Forge, was man dafür braucht. Mir fehlt auch Heid. Ich habe keine Heid. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Heid hast. Heid habe ich bestimmt noch. Müssen wir mal so ein Schildkröte oder so legen. Die gehen ja recht schnell mit den Stegos. Ne, mir fehlt Heid. Stimmt. Oder wir versuchen einfach den. Egal, was hier liegt. Wird gegen Stein gedrückt bekommen. Komm herr Schweinchen. In welche Richtung läufst du? Der läuft weg. Okay, tschüss. Das ist wie... Und du? Was ist in die richtige Richtung? Mach doch nicht. Die hauen alle ab. Das ist halt ziemlich blöde. Oben ist ein Stein zerplatzt. Ja, ich mache jetzt erstmal die Schildkröte. Okay. Da kommt noch eine. Das ist das Problem. Das ist doch egal. Die machen wir doch alle platz. Die kriegen unsere... Und noch eine. Drei Stück. Kein Thema. Da kriegen wir jetzt ein paar Level. Das ist noch dumm. Und langsam. Baller halt mit drauf, ne? Sonst. Jetzt haben wir auch noch Trike am Arsch. Und ein Stego. Nee. Oder Trike. Der Stego ist tot. Piranha ist aufgefressen. Dein, dein, dein. Ja. Trike ist tot. Oh, du hast den eine auf Passiv gefiffen, ne? Ja. Der war auf Passiv, der Stego die ganze Zeit. Der ist fast tot. Läuft. Äh, eher weniger. So, der ist tot. Ja, wenig. Aber wir kriegen den. Okay. So. Hyde habe ich jetzt auf jeden Fall. Oh. Und da oben war trotzdem, ne? So, okay. Da oben ist ein Stein weggeplatzt. Ja, das ist jetzt egal. Wir haben jetzt Hyde. Das ist in der Tat richtig. Da kommt ein Kanu angewetzt. Neben dir. Was? Wo? Der rennt gerade in Wasser. Jetzt haut er ab, der Blödmann. Habe ich ihm einen gegeben? Nein, habe ich nicht. Toll. Sehr schön. So, zack. Also, Fortsch habe ich jetzt endlich gebaut. Hyde haben wir. Ich mache nur noch die Schildkröten kaputt. Hier. Wo ist der? Schöpken Blutwolltel. Der nette Blutwolltel. Irgendwie höre ich hier wieder. Ja, ja. Ich habe Fliegen gehabt. Krampf. Okay. So was nun. So. Schauen wir es noch. Ja. Oder hinterm Kanu her. Weiß nicht. Moment. Jetzt erst mal die Spino ist die Spinos leveln. Hupi, was der hat kein Level. Hast du die Schildkröten? Ich habe schon gelevelt. Einen habe ich von einem Damage gelevelt. Okay. Weil er Schaden brauchte, er kein Leben, braucht er keinen. Ich nehme mich fast tot. Ja, ja. Das Ding ist. Liege warm, wie ein Fleisch. Nee, nee. Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Auf ins Dago. Auf ins Dago drauf. Ich kann nicht. Ich sitze auf dem anderen. Arctic Monkeys. Wir sind so hingeflogen. Da kommt noch einer. Einer angeschissen. Hupi. Bleibst du hier, du Affe? Gibst du mir deinen Hut? What? Wie weit fliegt der denn? Halt die, halt. Was? Die Stegos sind abgesammelt. Achso, du bist da weggelaufen. Achso. Die Stegos sind hinter dir her. Ich dachte nur, die laufen hinter einem Affen her. Wo ist denn der Affe hin? Ich habe... Ich habe nur einen gekillt. Keine Ahnung wo die sind. Die sind mega weit geflogen. Ja, super. Na egal. Hauptsache sie sind weg. Schettin-Helme kriegen wir noch. So. Was machen wir jetzt? Gehen wir rüber oder nicht? Ja, können wir machen. Wir müssen aber... ...Stelle aussuchen. Na gut, versuchen wir es, oder? Ja, aber das willst du machen, oder? Ja, okay. Na nö. Ich hole schon mal Speer raus. Ne, ich will mir erstmal ohne Speer. Ich habe es geschafft. Bin drüben. Ja, ich bin auch gleich drüben. Scheint nichts zu sein, ausnahmsweise mal. Tee. So. Machen wir jetzt hier. Wo sind wir denn? Oh, passt doch. Wollen wir hoch zum roten Strahl, oder? Ja, können wir machen. Aber lass ich gerade den Bogen reparieren, wenigstens. Oh ja. Ein Bogen reparieren. Unter Einwand. Wut. Super, mir fehlt Wut. Das habe ich alles in Feuer geschmissen. Jetzt den Glückwunsch. Da, geben wir Wut. Ach ja, haben wir die Feuer geleert? Nö, ne? Hast du Fleisch mitgenommen? Ich habe ein bisschen Fleisch mitgenommen, ja. Ja, okay, ich nicht. Aber nee. Nee. Wieso denn ich? Weil ich doof bin. Aha. Gut. Nein, äh, ja. Selbsterkennnis. Und so. Genau. So. Erstschutzmesserung. So, wo sind wir denn? Jo, soll mal versuchen, da hochzulatschen? Ja, was willst du sonst tun, oder? Ich weiß nicht, was wir sonst jetzt hier ehrlich gesagt. Gut, wir können ein bisschen nach Eisen Ausschau halten. Das dürfte jetzt hier eigentlich auch liegen am Hang. Eisen ist ziemlich weit. Willst du die mitnehmen, oder lass mich Stegos hier einfach unten? Wir können sagen, wir haben das Problem. Ja, 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 ja. Guck mal, die dödeln jetzt schon da in die Steine rum. Also, ich gebe mir ja Folgen, komm her. Ach, du hast jetzt auch Folgen, ich mache sie hier gerade. Ja, ich habe sie jetzt, ne, weil die sind schon im Wald drin. Ja, ja. Kriegst du schon nicht mehr raus. Der hat es jetzt schon wieder nach, der Ochse. Ja. Ich höre einen Affen. Ich höre einen Affen. Ich weiß, ob das bei dir ist. Ne, bei mir. Bei dir, ich sehe sie. Was bei mir? Ja. Ach, da. Wer hat das auch? Oh, ich zeige mir jetzt auch meinen Helm. Idiot, Mensch. Ich will den hier halt aus dem Wisch raus haben. Ah, sehr gut. So. So, bleib hier einfach stehen. Blödes Vieh. Mann, nochmal, 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 nochmal. Löpp nicht so. Mal gucken. Hatte ich der Affe? Was? Ich habe mal Affe. Ne, ne. Ne, ach um Gottes Willen. Ja, gut. Ich habe den Affen. Ja, komm, dann gehen wir mal hoch. Ja, mach das. Gucken. Da steht ein Trike, steht nur da. Es bewegt sich nicht. Ich finde hier noch irgendwas. Hier ist ein Halbtode-Strike. Ist egal. Lass es erstmal zum Blutstrahl. Ja, dass der nicht die spawnt und so. Sechst und Minuten. Ist überhaupt kein Eisen. Ich dachte, doch, da links ist ein Eisenfeld. Da ist jedes Mal es da. Ja, doch. Ja, da ist genug. Und dann schauen wir mal zusammen rein. Nehme mir hier. Blutstrahl. Was ist das? Ich habe es angegriffen. Weiß nicht. Raptor. Oh, Raptor. Scheiße. Okay. Hast du abgeknallt? Ja, ja. Ich habe jetzt keinen anderen Pfeil so schnell zur Hand. So. Da sind Koteletts drin für dich. Ja, danke. Nehme ich. Ich nehme ein bisschen. Nehme mal den Metall. Achtung, Raptor. Bei dir. Level 2. Ich nehme Betäubungspfeil. Okay. Koteletts nehme ich raus. Chitin Leggings nehme ich raus. Metall nehme ich raus. Chitin nehme ich raus. Chitin Boots sind drin. Trap war ja Narkotikfalle. Ist drin. Ja, Primit. Primit. Oh Gott, ich nehme es raus. Hat es keinen Antrag. Hier, komm. Hast du den jetzt betäubt gerade? Ja. Der liegt da. Ich habe es schon Primit gegeben. Hast du schon Primit gegeben? Okay. Ja. Okay. Pass auf. Ich nehme jetzt mal alles raus. Ah, nee. Und schmeiße den Rest weg. Doch. Dann kommt ein neuer von oben. Habe ich festgestellt. Ja, ich hätte nur uns nicht verraten, dass wir hier sind. Survivor Tracker. Chitin Boots. Survivor Tracker. Jetzt ist er mit dem Verraten eh vorbei. Jetzt ist es mit dem Verraten eh vorbei. Ja, ja, eben. Ich gebe zu, dass... Siehst du? Ja, ja. Hast du natürlich berechnet. Natürlich. Eiskalt. Hast du alles eiskalt berechnet. War klar. War klar. Der Helm kann das wieder. Ja. Warum kann ich das nicht? Das weiß ich nicht. Zack. Unser Raptor ist fertig. Wunderbar. Jetzt kann ich ein bisschen was essen. Äh, jam, jam, jam. Okay. Wo ist der Raptor? Bei mir. Da unten. Alles klar. Okay, dann gehe ich jetzt mal auf die Suche. Wollen wir jetzt hier oben noch was bauen mit Metall? Kannst du gerne machen. Warte, ich dropp dir dann die Smitty. Ne, warte mal. Nicht droppen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Foundation. Ich kann nicht bauen. Ja, okay. Nimm den Raptor. Ja, genau. Ne, ich tue es in den Raptor. Zack, so. Fällig. Alles gut. Ich baue da noch. Ich kenne da noch eine Stelle, wo hier was wäre. Was denn wäre? Ja, Tiere. Achso. Ich baue aber hier, ja? Da zum Beispiel. Ich finde es mich ja wieder. Genau. Ein Agentar. Komm her. Komm her. Meine Gurke. Hier muss man nur treffen. Der ist verdammt weit weg. Ich würde so sagen, außerhalb der Grenze. Komm her, mein Freund. Komm, dreh dich um. Ja, so ein bisschen vorhalten. Oh, jetzt biegt er ab. Feuer. Das soll ein Treffer. Komm. Blödes Vieh. Was? Agentarbes oder wie? Ja, besser wie gar nichts. Agentarbes? Er lässt sich ja nicht. Ich sehe was. Bin da dabei, ja. Was Großes. Schwanzwedeln. Ach, das ist ein doofer Spino. Okay, der Agentar ist es runter. Er kämpft mit was. Mit einem Säbelzahn. Komm mit, du Blödvieh. Genau, meine ich auch. Huch. Der ist betäubt. Sehr schön. Ich habe einen Säbelzahn betäubt. Ach, okay. Äh, ach egal. So. Ich bin die ganze Zeit überladen. Das ist so schlimm. Aber ich will jetzt nichts droppen. Ich habe so viel Metall halt drin. So, das da hin. Sag mal. Metall rein. Bunk liegt auch. Ich komme mal schnell dein Primeid holen. Äh, wo ist das? Du hast es doch getroppt oder nicht? Nee. Du hast doch alles, was in dem Ding war, getroppt. Da war noch das Primeid drin. Ach so, das war noch da drin. Das ist prima. Gut. Warte mal, ich habe vielleicht... Nee, ist gut. Nee, es ist verdorben. Was ich im Inventar habe, ist verdorben. Ja, okay. Die Kröten anzugreifen war zwischendrin vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, die ich jemals hatte. Aber nichtsdestotrotz haben wir immerhin die Stegos mit hochgenommen. Den kleinen Raptor haben wir dabei. Und naja, jetzt geht es da oben am Vulkan hoffentlich dann auch noch ein bisschen rund. Sprich, ja, Eisen haben wir sowieso vor der Haustür. Das werden wir noch ein bisschen besorgen. Und vielleicht findet der Helm ja auch noch irgendwas Brauchbares zum Zähmen, was wir dann mit oben auf der Plattform im Finale verwenden können. Wenn wir es denn schaffen, bis dahin zu kommen. Wir sehen es in der nächsten Folge. Dann, äh, ja. Dann seht ihr, wie es weitergeht. Ich weiß es ja schon. Okay, ich bin jetzt nicht gemein. Ich bin einfach ruhig. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.